Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und munter. Ich glaube, ich war noch nie an einem Sonntag live auf meiner Facebook-Seite, aber die Neuigkeiten sind einfach so wichtig, sie müssen einfach zu euch raus. Ich bin hier so begeistert. Ich habe gestern, nachdem ich von einem Lädchen nach Hause gekommen bin, hier ein riesen Wollpaket gehabt und ich wusste, dass die Wolle, die ich bestellt hatte, ziemlich schön werden wird. Aber als ich sie dann ausgepackt habe, kann ich nur sagen, es hat irgendwie, weiß ich auch nicht, also ich war sprachlos, es hat alles übertroffen, meine Erwartungen wurden mega krass übertroffen. Also es war wirklich wow. Also das Material ist so wunderbar und auch die Farben, also einfach ein Traum. Ich werde sie euch jetzt einfach mal nach und nach zeigen. Und erst möchte ich aber was zur Wolle sagen. Also diese Wolle ist handgefärbt und es ist 60% Schurwolle und 20% Maulbeerseide und 20% Rami. Ich glaube, dass ich in einem Live-Video schon mal kurz erklärt hatte, was Maulbeerseide ist. Also es gibt so kleine, bestimmte Raufen, die dann halt diese schöne Seide dann halt machen. Das sind so kleine, weiße Kokons, die das dann wieder so machen. Und meine Familie und ich, wir hatten das nämlich hier im Naturkundemuseum schon mal diese Raufen gesehen. Und wo ich immer nur dachte, wie krass ist das, so eine kleine Raupe macht so einen Mini-Kokon. Und ja, dann wird da wunderbare Wolle halt daraus gemacht. Also eigentlich irgendwie unvorstellbar. Und bei Rami weiß ich nicht, ob ihr alle wisst, was das ist. Also es ist halt auch eine, ja, Faserpflanze, sag ich mal. Und sogar schon die alten Ägypter hatten halt so, ja, Textilien aus dieser Faser halt gemacht. Ich glaube, die gehört zu den Brennnesselgewächsen. Und ja, aus diesen Stängeln wird dann halt, ja, Textil, also Rami halt hergestellt. Und das kann sowohl in Stoff, aber auch in Wolle halt verarbeitet werden. Und somit haben wir ein Wollprodukt, was keine künstliche Faser enthält. Also ich weiß, dass das einigen von euch super, super wichtig ist. Die sagen dann immer und kommen ins Lädchen so von mir, oh, ich möchte was ohne Plastik, ohne Kunststoff, ohne was künstlich hergestellt wurde. Und ja, da habe ich jetzt eine Wolle für euch, wo ich sage, das ist Natur pur. Das ist wirklich 100% Natur und halt handgefärbt. Das heißt, jeder Strang ist auch wirklich einfach ein Unikat. Und ich zeige euch mal den ersten. Die Wolle heißt Farbenspiele. Und es ist einfach nur unglaublich, dieses, ja, Farbenspiel. Und man sieht auch durch die Seide und so, wie schön das einfach glänzt. Und es fühlt sich super toll an. Also mega, mega hochwertig. Und ich habe gestern dann, gestern Nachmittag, bin ich nochmal ins Lädchen gefahren und habe dann zu jedem Strang einen Bobbel gewickelt. Ich finde halt immer, dass man, wenn man dann so einen Bobbel hat, A, kann man natürlich sofort anfangen dann zu handarbeiten. Das heißt also, das Angebot, das steht natürlich nach wie vor, wenn ihr jetzt sagt, oh, was für tolle Stränge, aber ich kann da nicht gleich anfangen zu handarbeiten, ich muss erst wickeln. Wir wickeln euch das gerne, ne. Also sagt es dann bei eurer Bestellung vorher, dann können wir das euch auch zum Bobbel wickeln. Und ich finde halt auch, wenn man sich den Bobbel schon anschaut, dass man das schon so ein leichtes Gefühl kriegt, wie dann das wirklich auch verarbeitet, verhekelt oder verstrickt dann halt aussieht. Das hier ist Farbe Nummer 17. Ich kann mir die Farbnummer nicht merken. Also es gibt keinen Namen, sondern die Farben haben Nummer. So, das war die erste Farbe. Ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Strang ich denn jetzt mal anstricken sollte für ein Muster. Und meine Tochter hat sich, wie immer sie ist, sehr stilbewusst für diesen hier entschieden. Ich werde den auf jeden Fall zu einem Mustertuch verarbeiten. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht mache ich auch irgendwie so einen Mustermix, dass man einfach mal sieht, wie das so in verschiedenen Mustern irgendwie aussieht. Ich bin halt immer ein Freund davon, wenn ich schon so tolle Wolle habe, dass dann halt auch das, was ich quasi daraus mache, eher so ein bisschen zurückhaltender ist, damit halt auch die Wolle total wirkt. Also deswegen, ich weiß es noch gar nicht, was ich daraus mache. Also, das ist Farbe 13. Und Farbe 13 werde ich annadeln. Meine Tochter hat sich da für entschieden und meinte, Mama, das ist die Schönste, mach das mal. Und es sind so viele tolle Knallerfarben, die an Frühling, Sommer erinnern. Also, mega Träumchen. Schaut euch mal diesen Strang an. Also, ich finde schon, das sind wirklich Farbenspiele. Und als Bobbel mega krass. Wow. Also, ich finde, wenn man die wickelt, dann kann man halt auch ungefähr sehen, wie dann das Endergebnis mal aussehen wird. Also, da habe ich schon gedacht, wow, 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 wow. Der ist richtig cool. Also, durch diese, ja, Farbeffekte, durch dieses, ja, wie kann man die Farbe nennen? Limongrün oder so. Dieses Helle ist das einfach mega, mega, mega cool. Achso, das ist übrigens Farbe Nummer 11. Noch so eine Knallerfarbe ist das, finde ich. Das ist Orange mit Gelb. Richtig cool. So sieht der Strang aus, so sieht der Bobbel aus. Und das ist Farbe Nummer 12. Also, auch richtig, richtig, richtig schön. Also, das macht irgendwie richtig Lust auf Frühling, Sommer, finde ich. Also, irgendwie mega, mega cool. Was ich auch richtig toll finde, sind diese Grüntöne hier zusammen. Also, das ist wirklich nur grün, aber in den verschiedensten Schattierungen, sage ich mal. Das ist Farbe Nummer 16 und sieht dann so aus. Also, es ist halt ein Dunkelgrün, es ist ein Mittelgrün und ein Hellgrün. Also, richtig toll. Wo ich auch gesagt habe, wow, also, mega. Also, das ist wirklich ein Farben-Spiel par excellence. Das hier, finde ich, sieht richtig edel aus. Das ist Grau Anthrazit. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf diesem Video hier wirken wird. Wahrscheinlich muss man sich das auch mal in echt angucken. Ich habe die Stränge schon ins Schaufenster gelegt. Das, finde ich, wirkt richtig edel. Also, wenn man dann irgendwann mal wieder zu einem festlichen Anlass gehen darf, habe ich nur gedacht, wow, wenn man sich daraus irgendwas macht, eine Stola oder ein Tuch zu so einem schicken edlen Kleid, könnte ich mir das richtig mega vorstellen. Also, falls da irgendwas bei euch ansteht, ne? Könnt ihr ja schon mal gucken im Schaufenster. Ja, und das hier ist ein Grün-Blau. Der Strang sieht so aus. Finde ich auch richtig toll. Also, so ein richtig schönes Mittelblau, ja, mit Grün. Und da ist auch ein Teil, finde ich, dass das auch so eine Art, ja, Grau irgendwie mit drin ist. Also, hier oben sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das ist wirklich ein richtig schönes Farben-Spielen. Und vor allem durch diese, ja, wie soll ich sagen, durch diese hochwertigen Materialien und diesen natürlichen Glanz, die diese Wolle hat, einfach, einfach nur wow. Kann ich nur sagen. So, die letzte Farbe, also es gibt acht Farben, acht Stränge. Habe ich hier, das ist blau mit grün. Ich weiß nicht, ob das so gut das Grün hier so rauskommt. Vielleicht drehe ich ihn mal anders. Dann kann man es dann besser sehen. Irgendwie sieht er auf dem Video hier nur blau aus. Also, das, man sieht es hier gerade nicht so. Also, da ist halt auch grün drin. Ich weiß nicht, irgendwie, genau. Also, das ist quasi ein grün-blauer. Ich habe die Bobbel alle schon unter richtig schönem Licht fotografiert. Also, hier in dem Video sieht er für mich total anders aus heute, nicht? Dann guckt doch einfach mal in meinem Onlineshop oder auf der Facebook-Seite. Da habe ich auch schon die ganzen Bobbel und die Stränge halt zusammen in einem Foto halt auch veröffentlicht. Also, da kann man sich die Farben nochmal angucken. Ich finde sie einfach, wow, wunderschön. Ich bin gespannt, was ihr für Ideen habt, wo ihr jetzt sagt, hey, ho, das ist meine Lieblingsfarbe. Also, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Die Entscheidung hat dann meine Tochter übernommen, welchen ich dann anstricken werde. Ich werde euch natürlich dann auch das Muster, was sich so langsam entwickelt, werde ich euch natürlich auch zeigen. Und wenn ihr bei uns in der Ecke wohnt, da Leopards und Oase ein bisschen rum die Ecke, dann könnt ihr super gerne nochmal am Schaufenster vorbeigehen. Da liegen nämlich die Stränge schon drin und ich finde, die sehen einfach super, super schön aus. Wenn ihr am Schaufenster vorbeikommt und sagt, uh, warum sind denn da so viele Eulen eigentlich bei denen im Schaufenster? Was ist das denn? Das ist unsere Demenzeulenaktion. Also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir möchten gerne, ja, ganz, ganz viele Eulen zusammenbekommen, die dann halt an Demenzpatienten ausgegeben werden, dass wir denen halt und den Angehörigen natürlich auch eine Freude damit machen können. Und im Moment suchen wir ganz, ganz viele Freiwillige, die halt Eulen häkeln oder stricken. Mein Kollege Daniel hat zwei Anleitungen entwickelt und die bekommt ihr auch super gerne von uns. Das heißt also, wer jetzt an der Aktion gerne mitmachen möchte, dann meldet euch doch einfach bei uns und dann bekommt ihr auch kostenfrei die Anleitung und dann könnt ihr mithäkeln und stricken. Wir haben schon mega krasse Resonanz gekriegt, also teilweise diese Woche hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Ich habe ganz viele E-Mails gekriegt, also es war wirklich der Wahnsinn, wie viele Menschen sich an dieser Aktion beteiligen möchten. Wir sind total dankbar dafür, dass einfach so viele sagen, jo, ich mache da mit. Und wenn du jetzt das Video siehst und sagst, oh, das hört sich irgendwie spannend an, ich würde auch gerne eine Eule häkeln oder stricken und die dann spenden, dann melde dich super gerne bei uns und dann bekommst du auch eine Anleitung von uns. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal weiterhin einen super schönen Sonntag. Macht's gut und bleibt kreativ. Bis dann. Tschüss, eure Sabrina. Tschüss. 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 Vielen Dank.